Wir kommen heute zur zweiten Predigt über die Frucht des Heiligen Geistes. Das Kernwort zur Frucht des Heiligen Geistes, dieser wertvollen Frucht, die Gott in uns anlegen möchte, die uns erfüllen soll, die unser Inneres prägen darf, ja, durch Gottes Gnade mehr und mehr da wächst und ja, wesentlicher wird in unserem Leben. Diese Frucht des Geistes ist beschrieben in Galater 5, ab Vers 22 und umfasst auch Vers 23. Hier heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und wenn wir eines Tages bei dem Abendmahl des Herrn sind, in seiner Herrlichkeit, dann werden das unsere Charaktereigenschaften sein. So wie du heute bist, bist du auf dem Weg dahin und wenn wir bei dem Herrn sind, werden wir vollendet aus seiner Gnade und werden solche wunderschönen Charaktereigenschaften in uns tragen. Fantastisch. Und die ersten drei, die Liebe, Freude und Friede, hatten wir angeschaut. Und dann waren wir schon weitergegangen zur Langmut und da möchte ich heute noch einmal ansetzen. Das Wort für Langmut ist Makrothymia. Das Wort für Langmut ist Makrothymia, Zweiteilworte. Makro, das wisst ihr, was heißt Makro? Makro heißt groß. Wir kennen diesen Unterschied zwischen Mikro und Makro. Es gibt den Mikrokosmos, wenn man zum Beispiel in einen Regentropfen hineinschaut, mit dem Mikroskop, dann sieht man, dass dort sogar viele Lebewesen sind, vieles, was man gar nicht erahnt. Und man staunt, wie groß der Schöpfer ist, der sich all das erdacht hat, der all das wie eine Symphonie komponiert hat und das Leben geschaffen hat. Und ja, auch diesen Mikrokosmos. Aber das Wort hier ist Makrothymia. Und Makrokosmos, da sagen wir meistens nicht Makroskop, weil wenn wir in die Sternenwelt gucken wollen, in diese gewaltigen Universen Gottes, dann muss dieses Teleskop genommen werden, also auseinandergeschoben werden. Und dann ist das Wort von Tele, also auseinanderzubewegendes Objektiv genommen worden. Makro, Makro, groß. Also Langmut hat mit etwas Großem zu tun. Und Thymus heißt Gemüt oder Zorn. Ein leidenschaftlich zorniger Affekt. Wut. Jezorn. Man kann sogar im Neugriechischen sagen, aggressiver Affekt zornen und dann verwenden sie sogar Raserei. Also jemand, der anfängt rumzurasen und zu schreien und zu brüllen und Türen zu schmeißen. Und dieses Wort zusammengesetzt, das bedeutet Langmut, Makrothymia. Das ist ein Mensch, der einen ganz langen Weg hat, bis er erst zum Zorn kommt. Versteht ihr? Also praktisch, wenn ich es mal in dieses Gleichnis hineinnehme. Gott möchte, dass so weit, wie die Weiten des Kosmos sind, so weit soll es für mich sein, bis ich erst zornig werde. Das ist dieses Wort hier. Man kann auch sagen, jemand, der ein großes Gemüt hat, das ist die zweite etymologische Möglichkeit, da hat praktisch jemand ein so großes Herz, eine so große Seele, dass er den Zorn zurückhalten kann und überwindet. Ja, auch das ist möglich. Ist das nicht schön, wenn wir so werden? Wir hatten ein Beispiel, Josef, er vergab seinen Brüdern. Diese Langmut bezieht sich darauf, jemand hat ihr etwas Böses angetan. Es vergeht eine Zeit und plötzlich hast du die Macht über ihn. Also nehmen wir mal an, du bist einkaufen gegangen und da hat jemand netterweise dir die Tür vor der Nase zugeschlagen, statt sie aufzuhalten. Und drei Wochen später, du bist Abteilungsleiter, kommt er als neuer Arbeiter in deine Abteilung. Jetzt ist die Frage, hast du Langmut? Hast du Langmut? Oder auf der Straße spielen Kinder, werden frech, benehmen sich eben mal nicht anständig und lassen dich nicht durch und geben dir noch eine Antwort, die sich überhaupt nicht gehört. Du bist Lehrerin und im neuen Schuljahr sitzt gerade der Schlimmste von denen bei dir in der Klasse. Neu eingeschult. Neu eingeschult. Versteht ihr? Und Langmut ist, dass man jetzt die Möglichkeit, die man hat, aufgrund seiner Autorität, aufgrund seiner Kraft, aufgrund seiner Stellung, nicht einzusetzen gegen diese Person, sondern ihr eine Chance zu geben, zu vergeben und nicht zornig zu sein, sondern in Freundlichkeit und Güte zu reagieren. Deswegen sind dann auch die nächsten aufgezählten Dinge in der Frucht des Geistes Freundlichkeit und Güte. So. Wer von euch ist schon so? Alle Hände oben hier. Alle Hände oben. Lange Zeit, und das geht noch von aus, jemand hat dich lange Zeit so geärgert. Und du bist dann voller Freundlichkeit und Güte und gibst die Chance der Vergebung und des neuen Weges. Und genau das hatte Josef getan. Josef war ja schlimm von seinen Brüdern reingelegt worden, in die Zisterne geworfen worden, in die Sklaverei verkauft worden. Sie hatten sich nie um ihn gesorgt, nie um ihn gekümmert, als es ihm schlecht ging im Gefängnis, kam keiner der vielen Brüder und hat ihn besucht. Als er jahrelang in der Einsamkeit war, als er jahrelang in einer schwierigen Situation war, kam keiner der Brüder. Niemand hat ihm geholfen. Und dann wisst ihr, durch Gottes Gnade, er wurde ganz hoher Minister im Reich des Pharao. Und eines Tages stehen die Brüder vor der Tür. In unserem Land ist Hungersnot. Wenn wir jetzt hier nichts zu essen kriegen für unsere Familien zu Hause, dann sind wir verloren. Alles hatte sich umgekehrt. Und Josef, er hatte diese Langmut. Er hatte jetzt die Machtposition, er hätte sie festnehmen können, er hätte sagen können, ihr seid Spione. Er hätte ihnen Gewalt antun lassen können, wäre gar kein Problem. Damals diese Situation, die Machtherrscher, wir sehen schon, was heute alles geht, in der Türkei zum Beispiel. Damals wäre das auch kein Problem gewesen. Das hat Josef alles nicht getan. Das hat er nicht getan. Sondern er hat ihnen Essen gegeben, er hat sich ihnen später offenbart, er hat sie in die Arme genommen, und er hat ihnen eine neue Lebensgrundlage geschaffen. Sie hatten ihm die Lebensgrundlage zerstört und er hat aus Liebe ihnen eine Lebensgrundlage geschaffen. Das ist Langmut. Das ist Langmut. Und so ist auch der Herr Jesus. In 2. Petrus 3, Vers 9 heißt es, Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, dass er noch nicht wiederkommt, sondern er hat Langmut. Er hat Geduld. Er hat Langmut mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Denn wenn der Herr Jesus das zweite Mal kommt, dann ist seine Aufgabe das Gericht. Versteht ihr? Er wird der Richter sein. Dann werden alle schweigen, die jetzt den großen Mund haben gegen Gott. Wird ihnen alles vergehen? Die Bibel sagt, wenn die Menschen dann wirklich vor Gott stehen, werden sie auf tausend Fragen nicht eine Antwort haben. Versteht ihr? Gott wird ihnen Fragen stellen, nicht umgedreht. Und ihr wird bewusst werden, Gott hat mit allem Recht gehabt und ich bin so klein und Gott ist so groß. Und Jesus weiß, wie viele Menschen noch in der Verlorenheit sind, noch im Größenwahn leben, noch in der Verblendung sind, noch in der Sünde sind, ja. Und er möchte, dass sie gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und obwohl er gekreuzigt wurde und verachtet wird, hält er das Gericht zurück. Das sind Millionen von Engeln. Wir können diese Zahlen uns gar nicht vorstellen. Alle bestens organisiert. In völliger Überzahl gegenüber den bösen, finsteren Mächten. Gewaltige Kraft, gewaltige Herrlichkeit, gewaltige Herrschaftsmöglichkeiten. Aber um derer Willen, die er noch retten möchte, obwohl sie so sich gegenüber ihm verhalten, wie es nicht gut ist, hält er noch zurück seine Macht. Das ist Langmut. Das ist Langmut. Und ein Mensch ohne Gotteserkenntnis stellt sich dann hin und sagt, er kommt ja nicht. Versteht ihr? Das ist so ähnlich wie am Kreuz. Jesus in Langmut und Geduld betet, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und was machen die Menschen? Sie stellen sich vor ihn hin und sagen, ja, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann komm doch herunter. Und es kostet ihn ein einziges Gebet zum Vater. Milliarden von Engeln würden kommen. Er würde runtersteigen vom Kreuz. Das wäre überhaupt kein Problem. Und er bleibt dort in den Schmerzen, in der Qual aus Liebe zu uns. weil er in dem Moment für die Menschen, die ihn lästern und schimpfen, gerade den Preis für eben ihre Sünde bezahlt, hält er den Zorn zurück, hält er das Gericht zurück, hält er an sich. Das ist Langmut. Das ist Langmut. Und diese Langmut formt Jesus in uns. Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus in uns macht uns auch zu langmütigen und geduldigen Menschen, Stück für Stück zu Gottes Ehre. Hier in Galater 5,22 steht dieses Wort Langmut, aber in der Bibel gibt es immer noch ein Wort, das ist sehr ähnlich, sehr ähnlich. Und deswegen muss man es an dieser Stelle noch erwähnen. Es ist das Wort Geduld, im Deutschen. Ja, das Wort Geduld, Annoche etwa ausgesprochen. Und die Geduld ist das Ertragen von langen Umständen und langen Zeiträumen. Eine Dauer, eine Zeit. Zum Beispiel in Nehemiah 9, Vers 17 heißt es, die Israeliten weigerten sich zu hören und gedachten auch nicht an deine Wunder, oh Gott, die du an ihnen tatest, sondern sie wurden halsstarrig und setzten sich in den Kopf zu ihrer Knechtschaft in Ägypten sogar zurückzukehren. Nach Ägypten wollten sie zurück. Aber heißt es dann, du bist ein Gott, der vergibt, gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und du hast sie nicht verlassen. Du hast sie nicht verlassen. Das ist Geduld. Also praktisch, du gehst mit jemandem an der Seite, das kann in der Schule sein, das kann im Studium sein, das kann auf Arbeit sein, das kann in der Familie sein, ja, die immer rummeckern an dir. Man nennt das heute im Extremfall auch Mobbing. Aber du gehst weiter im Aufblick auf Jesus. Das ist Geduld. Das ist Geduld. Das ist Geduld. In Sprüche 14, Vers 29, da steht, wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Dummheit. Die Bibel ist schon ganz schön krass. Nochmal, also das steht wirklich hier. Ich habe das nicht reingeschrieben, um mich oder andere zu ärgern. Das ist wirklich Bibelwort. Sprüche 14, Vers 29, wer geduldig ist, der ist weise, wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit oder Dummheit. Das heißt, wir sollten nicht so lässig mit umgehen, ich bin halt ungeduldig, ja, sondern, wer geduldig ist, ist weise, wer ungeduldig ist, ist einfach gesagt dumm. Und wir sind ja Kinder Gottes. Wir wollen ja in der Weisheit wachsen. Wir wollen näher kommen dem Herrn. und er möchte uns umgestalten. Von daher die Geduld. Etwas, was Gott in uns anlegen möchte. In Sprüche 15, 18, ein zorniger Mann richtet Zank an, ein geduldiger aber stillt den Streit. Nochmal, ein zorniger Mann richtet Zank an, ein geduldiger aber stillt den Streit. Wisst ihr, was interessant ist? Jetzt wird doch neuerdings immer alles so übersetzt in Bibeln, dass bei den Männern auch noch die Frauen dazugefügt werden. Also, liebe Brüder und Schwestern. Komischerweise, bei den Versen habe ich das noch nie gefunden. Dass dann steht, ein zorniger Mann und eine zornige Frau richten Zank an. Das haben sie nicht gemacht. Also, keine Ahnung. Wahrscheinlich gilt die neue Übersetzung nur im Guten für die Frauen und das Schlechte lassen wir bei den Männern stehen. Ist doch okay, dann sind wir doch gleichberechtigt, oder? Ja, ist doch klasse, was die fabrizieren. Also, auf jeden Fall, ihr könnt mich korrigieren, vielleicht findet ihr ja noch eine Übersetzung, wo das dann auch gerecht gemacht wurde. Ein zorniger Mann richtet Zank an, ja was mache ich jetzt, lasse ich den Satz weg oder darf ich die Frauen dazufügen? Gebt mir die Erlaubnis, ja. Also, es gibt eventuell auch zornige Frauen, die Zank anrichten. Also, aber ihr wisst, im Alltag ist uns manchmal gar nicht so zum Lachen, wenn plötzlich der Streit losgeht. Ja. Man versucht es immer ein bisschen nett rüber zu bringen. Aber hier steht im Prinzip, lasst uns doch statt zornig zu sein, geduldig bleiben. Und überlegt mal, wie oft im Alltag, wenn dann einer ruhig bleiben würde, um das auszugleichen, dann wird doch irgendwann der andere, zumindest wenn er gläubig ist, nehme ich an, merken, dass er jetzt gerade nicht auf der richtigen Spur läuft. Sag es mal ganz vorsichtig. Du kannst ja nicht in den Spiegel gucken und du siehst eine brüllende Fratze vor dir und dann sagst du, oh, bin ich gerade im Heiligen Geist. Ja, also, das funktioniert ja wohl nicht. Von daher kann ja ein Geduldiger wirklich eine ganz positive Wirkung haben und den Zorn stillen steht hier. Wie beim Sturm ist das Gebrauch. Durch so wie der Zorn kommt wie so ein Sturm plötzlich, ja, aber der Geduldige, der bringt wieder Herr Jesus, der den Sturm gestillt hat, die Ruhe wieder in das Meer der Gefühle. Und noch ein Wort aus den Sprüchen, auch interessant. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, ist besser als einer, der Städte einnimmt. Das ist stark. Und das in der Zeit, ihr wisst das ja, da mussten Städte eingenommen werden. Andere Zeit, andere Heilszeit. Das Gericht Gottes und zum Verhindern der Ausbreitung der Sünde, wurde auch durch das Volk Israel durchgeführt. Und da mussten auch Städte eingenommen werden. Und wer das gemacht hat, der hat sein Leben riskiert. Und wer das gemacht hat, der war in höchster Gefahr. Und der hat dann dafür Ehre bekommen und Ansehen, ja. Das war ein Held. Manche übersetzen deswegen auch, ein Geduldiger ist besser als ein Held sogar, ja. Und wer sich selbst beherrscht, ist besser als einer, der Städte einnimmt. Wie wertvoll ist die Geduld. Wie wertvoll ist die Selbstbeherrschung. Und jetzt möchte Gott die Geduld in uns hineinlegen. Ausprägen. Wunderbar. Wann brauchen wir Geduld? Wir brauchen Geduld, wenn unsere Sinne angegriffen werden, habe ich mir aufgeschrieben. Die Ohren zum Beispiel. Habt ihr das mal gehabt? Ihr liegt irgendwo, ihr wollt schlafen und könnt noch nicht einschlafen. und dann ist ein tropfender Wasserhahn. Bupp. Ich glaube hier, Bupp. Das gibt es sogar als Foltermethode, aber das möchte ich nicht näher ausführen. Da wird das dann, als wenn jemand mit einem Hammer auf Betonplatten schlägt, wenn man das auf die Stirn tropfen lässt. Mit der Zeit. Geduld. Geduld heißt, solche Eindrücke auszuhalten. Wir haben zurzeit eine Baustelle, etwa 50 bis 100 Meter vor dem Fenster. Die Baustelle, die ist Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Kann ich euch genau sagen. Dann hört die Kreissäge auf zu kreichen. Geduld ist am Schreibtisch sitzen und trotz dieser tollen Töne, für die die Leute nichts können, die arbeiten ja nur fleißig und tun ihre Pflicht, aber das auszuhalten. Okay? Vielleicht habt ihr auf Arbeit auch sowas. So Störgeräusche, störende Dinge, stressende Dinge und dann trotzdem ruhig zu bleiben. Nochmal möchte ich betonen, oft können die Leute ja gar nichts dafür. Wenn du da arbeiten würdest, würdest du die gleichen Töne fabrizieren. Dann die Nase. Die Nase. Die Nase. Schlechte Gerüche, ja? Wenn wir bei uns die Kippflügel aufmachen und jetzt abends wird es doch dann endlich mal kühl. Das genieße ich eigentlich, wenn du schlafen willst und dann kommt so langsam ein bisschen kühlere Luft rein ins Zimmer. Da gibt es irgendwo im Block auch Nachbarn, die genießen das auch. Die setzen sich dann raus auf den Balkon und fangen an zu qualmen. Und wenn ich dann endlich meine schöne frische Luft etwas kühler haben will, dann kommt dieser eklige Gestank von Zigaretten da durch das Ding rein. Also vor einem halben Jahr ungefähr habe ich dann auch mal einen Brüller gelassen. Weil das war so systematisch, dass immer dann, wenn man sich schlafen legen will und wenn man noch Probleme hat mit den Atmenwegen, und kein Mensch nimmt Rücksicht und du ziehst dir dann vielleicht gerade noch die schlechteste Luft rein, die es überhaupt gibt. Aber es hat mir leid getan. Ich tue Buße. Ich habe es auch nie wieder getan seitdem. Und ungefähr nach einem Monat später hat es Rauchen auch wieder eingesetzt. Es ist nicht der Weg des Herrn. Wirklich geduldig sein. Geduldig sein. Was wäre denn der Weg? Hochgehen, freundlich sagen, wir wollen schlafen, könnten sie vielleicht so. Aber das machen wir ja oft nicht. Vielleicht würden die Leute dann ganz nett das einfach einstellen. Ach, da haben wir gar nicht dran gedacht. Dann der Mund. Der Mund. Der Mund. Essen, das dir nicht gut schmeckt. Nicht jeder kann zu Hause immer schön bekocht werden. Wir hatten immer Schule, Schulspeisung, Essen in der Schule und das war ganz einfaches Essen. Dann habe ich mich vom Niveau her nicht so hoch eingewöhnt. Das ist bis heute gut. Dann gefällt mir und schmeckt mir alles, was ich bekomme, sagt meine Frau immer. Das ist so schön. Aber es gibt Leute, die sind da sehr wählerisch. Und wenn die dann irgendwo plötzlich in der Schule beim Studium auf Arbeit gezwungen sind, das Essen zu essen, was es dort gibt, die Kommentare, die da teilweise gegeben werden, dann brauchen wir wirklich nicht mehr Essen. Geduld wäre, Gott zu Dank, was meint ihr, wie viele Menschen auf der Welt huggern, sterben an Hunger und riesig froh werden, wenn sie dieses Essen haben könnten. Wir begeben uns in eine sündige Haltung, ohne dass wir es wollen und ohne, dass es uns bewusst ist. Geduld. Die Augen. Die Augen. Also was für mich schlimm ist, ist Unordnung zu sehen. Ich gehöre zu den strukturierten Typen. Es gibt ja auch die flexiblen. Wenn ich am Schreibtisch sitze und da ist voll gruscht, dann kann ich hier nicht arbeiten. Ich muss das erst ordnen. Wenn ich an den Tisch komme, wo noch andere Sachen sind und man will da so schnell zwei Teller daneben essen, das kann ich hier nicht. Ich muss das ordnen. Geduld sagt doch, Jens, du kannst das trotzdem. Ganz ruhig mit Gottes Hilfe. Manchmal geht es halt nicht anders. Ganz ruhig bleiben. Ich weiß, das war schon bei mir als junger Mann, als Jugendlicher, wenn ich da in der DDR mit dem Zug gefahren bin, wir sind vielmehr mit dem Zug gefahren, weil kaum einer hatte so ein Auto, mit dem Zug gefahren bin, dann hat mich immer gestört, dass die Leute den Müll rausgeschmissen haben. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wieso liegt da eine Tüte und da und so. Dann bin ich nach Deutschland gekommen und dann war ich ganz begeistert, dass das hier nicht so ist. Aber natürlich in den letzten zehn Jahren kann man da nicht mehr so begeistert sein. Also irgendwie bin ich wieder in den alten Zuständen angekommen. Aber es gab eine Zeit, kann ich mich erinnern, da war es besser. Okay. Lange Zeiträume, geduldige Dinge ertragen, die nicht so leicht sind. Möge der Herr uns von Herzen Gnade geben dazu. Und wie kommen wir dazu? Die Schritte. Wie lerne ich das nun? Wie klappt das bei mir? Das Erste ist, nicht mit der Ungeduld oder gar dem Zorn abfinden. Du darfst nicht mehr sagen, ich bin halt ungeduldig oder ich bin halt ein zorniger Mensch. Das geht nicht. Du bist ein Kind Gottes, eine Tochter Gottes, ein Sohn Gottes. Das ist das Schöne. Das ist ganz wichtig. Du darfst dich nicht damit abfinden, ich bin halt ungeduldig oder ich bin halt zornig. Das geht nicht. Du bist ein Kind Gottes, ein Sohn, eine Tochter Gottes und Gott möchte und kann dich zu seiner Ehre umgestalten. Das ist der zweite Punkt. Nicht nur sagen, ich finde mich nicht damit ab, sondern ich möchte Veränderung und ich möchte das trainieren. Das sind jetzt ganz wichtige Schritte. Ich möchte Veränderung und ich möchte das trainieren. Geduldig zu werden, langmütig zu werden. Ich möchte das. Das dritte. Gebet. Gebet. Die Ziele im Gebet festlegen. Sagen, Herr, du bist mein Gott. Hilf mir bitte. Herr, du bist geduldig. Du bist langmütig. Herr, jetzt hilf mir, dass ich geduldig werde und langmütig werde. Im ganz echten Gebet zu Gott gehen. Vierter Schritt. Ungeduld und Zorn als Feinde erklären. Ungeduld und Zorn als Feinde erklären. Wenn sie von dir kommen. Das ist diese Scheidung. Das Wort Gottes ist ein Schwert des Geistes, schneidet es scharf, bis es durchdringt durch Seele und Geist und trennt. Seele und Geist und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Im Herzen nicht mehr damit einverstanden sein, wenn du ungeduldig bist. Im Herzen nicht mehr einverstanden sein, wenn du zornig wirst und sagen, halt, das scheide ich jetzt. Das ist der alte Mensch. Ich bin nicht der Kumpel vom alten Mensch und ich bin auch nicht der alte Mensch. Das ist mein Feind. Ungeduld, du bist mein Feind. Zorn, du bist mein Feind. Scheidung von Seele und Geist. Dann kommt fünftens verleugnen lernen. Sich selber verleugnen lernen. Also du sitzt im Wartezimmer beim Arzt. Du wärst als Dritter drangekommen. Jetzt sind schon fünf vor dir in der Behandlung und dir hat immer noch keiner gesagt, dass du drankommst. So. Ungeduld, du bist mein Feind. Selbstverleugnung. Herr Jesus, du bist ans Kreuz gegangen. Herr, ich mache mich jetzt eins mit dir. Dir sind viel schlimmere Dinge angetan worden, als dass du eine Stunde zu lange im Wartezimmer gesessen hast. Herr, du hast die Donnenkrone in dein Haupt schlagen lassen. Du hast dich auspeitschen lassen. Du hast dich beschimpfen lassen. Du hast dich bespucken lassen. Ich werde es doch wohl aushalten, hier zwei Stunden zu lange zu sitzen. Eins machen mit Jesus. Eins machen mit Jesus am Kreuz. Sechster Punkt. Die Geduldsproben im Alltag als Chance zum Wachstum sehen. Jetzt kriegt es einen ganz anderen Aspekt. Das ist dein Trainingsprogramm. Das ist nicht das Böse, was auf dich einstürmt, sondern das ist dein Trainingsprogramm für dich persönlich. Es ist immer schön, wenn man sich auf eine Predigt vorbereitet. Kamen natürlich gestern gleich die Proben. Ist ja normal. Ist ja ganz normal. Natürlich. Also das Erste war, Gott sei Dank, der Marc war bei mir die Woche und wir haben einen YouTube-Kanal eröffnet für die Christengemeinde Kehl. Also wenn ihr auf YouTube geht und ihr gebt ein bei der Suche Christengemeinde Kehl und ihr drückt auf Suchen, dann findet ihr jetzt Videos. Und da habe ich Video bearbeitet und am Anfang muss man doch alles erst mal lernen, wie das geht. Ich kann das jetzt nicht so lange erklären. Du musst Bilder und du musst den Ton und du musst die Verbindungen zwischen Bildern und Ton in drei verschiedenen Ebenen machen. und weil ich natürlich keine Ahnung hatte, habe ich erst das eine gemacht. Ich sage es mal ganz einfach und dann habe ich festgestellt, ich muss das noch miteinander verbinden und durch das Verbinden verschiebt sich alles immer noch mal. Das heißt, du musst dann durch die ganze Linie noch mal durch. Das ist so ähnlich wie, wenn man jetzt auf Arbeit ein Werkstück hat und man soll 500 Stück machen und da ist irgendwo noch ein Grad. Wenn du die einzeln nimmst, bräuchtest du bloß immer drüber wegtun, drüber wegtun, immer wie sie kommen. Aber wenn sie dann alle in der großen Kiste liegen, musst du sie wegen dieser einen Bewegung alle noch mal rausnehmen und noch mal neu sortieren. Das ist mir gestern passiert. Dieses Video hat dann insgesamt sechseinhalb Stunden gedauert, die Erarbeitung, und das ins Netz stellen. Aber ich wusste ja schon, klar, morgen ist Predigt. Morgen ist Predigt. Ja, ich danke dir. Ja. Und so kam dann noch ein Beispiel. Training, versteht ihr? Niemand von uns schimpft über Ausbildung oder über Training, wenn er es wirklich selber will. Training. Statt Dinge zu meckern. Dann stille werden. Siebentens. Stille werden. Erkennen, wer ich in Gottes Augen bin. Stille werden. Ruhig werden. Das fehlt heute ganz oft. Wir kommen oft wie die gescheuchten Hühnchen in den Gottesdienst und brauchen erst mal eine Viertelstunde, um vor Gott zur Ruhe zu kommen. Oder im Alltag. Du beginnst am Morgen mit der stillen Zeit. Du hast meinetwegen eine richtig gute stille Zeit. Du gehst in den Tag. Und dann kann es sein, da Telefon, da hat was nicht geklappt, da kommt noch ein Zwischenauftrag. Wie hast du erzählt letztens? Freitag, kurz vor Feierabend. Könnten Sie mal schnell noch das machen? Ja, das dauert. Wer weiß, wie lange. Könnten Sie mal schnell noch das machen? Ja, das ist der Alltag. Und dann zu sagen, nach allem, was wir jetzt schon genannt haben, obwohl ich jetzt so wenig Zeit habe, jetzt werde ich trotzdem erst mal stille. Beim Autofahren, wenn es gar nicht anders geht, dann fahre ich eben mal an den nächsten Rastplatz oder den nächsten Parkplatz. Und es ist für mich wertvoll und ich nehme mir die Zeit und ich sage, Herr, mach mich jetzt erst mal wieder ruhig. Segne die Lkw-Fahrer. Segne den jungen Mann, der mich überholt hat und dann ganz knapp vor mir wieder reingefahren ist, dass er sich nicht zu Tode fährt. Herr, mach mich ruhig in dir. Mach mich ruhig in dir. Und das ist oft sehr kostbar. Oder vielleicht an der Schule als Lehrerin oder im Kindergarten als Betreuerin, wenn da mal volles Wuhling war, dann kann man auch mal sagen, so, ich gehe jetzt mal auf Toilette. Versteht ihr? Das ist keine Sünde, wenn man da mal fünf Minuten hat, um zur Ruhe zu kommen und förmlich wie ein neuer Mensch wieder nach draußen kommt. Stille werden und erkennen, wer ich in Gottes Augen bin. Sagen, Herr, hier bin ich. Herr, mach mich ruhig. Ich bin dein Kind. Wir haben gelernt, ich bin auch im königlichen Priestertum sogar. Wer das schon kann, Herr, mach mich ruhig. Auf Jesus sehen, um Hilfe bitten. In dieser Zeit, das ist das Achte, Jesus sehen, um Hilfe bitten. Und so neuntens wachsen wir Stück für Stück in der Geduld. Also und wir werden nur wachsen, wenn wir diese Alltagssituationen als Angebote Gottes sehen, um uns zu verändern. Das ist eine ganz andere Sicht. Das ist eine ganz andere Sicht. Die ist nur von Gott her möglich. Aber so ist das. Und die innere Verantwortung wahrnehmen und uns umgestalten lassen. Zehntens, innere Veränderung wird dann zur Charaktereigenschaft Geduld und auch zur Langmut. Und jetzt kommt noch was Schönes. Damit schließe ich für heute. Der im Herzen umgestaltete, geduldige Gläubige, der in guten Glaubenstaten und Liebeswerken geduldig wirkt, der wird im Gericht Gottes Herrlichkeit, Ehre und unvergängliches Leben erfahren. Ich lese euch mal noch diese wunderschöne Bibelstelle. Das ist so eine schöne Verheißung. Das kann auch eine ganz große Stärkung sein. Das ist im Römerbrief im zweiten Kapitel der Vers 5. Habt Geduld mit mir. Habt Geduld mit mir. Römerbrief zweites Kapitel ab Vers 5. Und da heißt es, ich lese jetzt nur das Positive. Vers 6 und 7. Gott wird einem jeden geben nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Noch einmal. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Und wie ihr schon ahnt, die, die zornig sind, werden auch im Gericht Zorn erfahren. Und das ist ja klar. Aber hier diese große Verheißung. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Amen. Der Herr segne uns. Das wollen wir aufstehen zum Gebet. Ja, Herr, und wir danken dir. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte und Gnade, Herr. Wir danken dir heute ganz besonders für deine Geduld. So viel Geduld hast du mit uns, Herr. Das ist einfach wunderschön, großartig, wunderbar, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen und wir bitten dich, dass du diese Geduld auch in uns legst, Herr. Durch deinen Geist und uns hilfst im Alltag, begleitest, lieber Herr. Herr, das ist so schön. Du gestaltest uns immer mehr um in dein Ebenbild. So sagt es dein Wort. Wie schön ist das, Herr. Und dann können wir auch immer mehr ein Segen sein für die Menschen um uns herum. Herr, das ist große Gnade von dir. und hilf uns dabei. Stärke uns darin. Vater im Himmel, wir sind deine Kinder. Wir sind deine Kinder, Herr. Wir sind auch, ja, ein königliches Priestertum. Wir möchten das Leben zu deiner Ehre. Gebrauche uns, forme uns, gestalte uns und setze uns zum Segen in dieser Welt und vergib uns auch jede Ungeduld, Herr. Reinige uns nochmals in deinem Blute, Herr. Und auch jeden Zorn, Herr. Reinige uns ganz und gar. Danke für deine Geduld. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 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 Vielen Dank.